Ich hab nur Alex gekriegt bekommen. Ich hab nur einen gekriegt bekommen. Der Kill ist nix wert. Nix. Du bist nix wert. Alex, du killen wir es. Hallo. Der ist nix besonderes. Ich bring 100 Cover mehr als alle anderen. Oh. Genau. Ah scheiße. Ich wette in beides, Space ist einfach wirklich Traitor, aber er hat sich nur getarnt. Komm mal mit. Chris ist der Traitor. Was? Nein. Was? Also wir haben hier eine und dann noch Lolli. Oh den kenn ich noch, Lolli Vienna. Ja ich auch. Ich kenn alle noch davon. Ich kenn keinen von denen. Den kenn ich auch noch. Hier sind ja links. Vielleicht weil ich jeden davon eingestellt habe. Also bis auf Komma. Alter was? Ist das Komma eingestellt? Früher hieß das was NoxhaD.net. Ja. NoxhaD.tk. NoxhaD.tk. Stimmt.tk. Du so einer sexistischen Scheiße sag ich leider nicht. Da redest du bitte mit meinen anderen halt drüber. Ich hab dir draufgekommen. Ich hab zwei mögen. Bitte rede mit meinem Anwalt Sergen da drüber. Ich möchte ihn anzeigen bitte. Warte. Warte. Ist das voll cool hier. Ich hab mögen für dich. Der hat mich angegriffen und ich will ihn anzeigen und jetzt wollen wir ihn töten. Das ganze ist ein bisschen eskaliert. Da oben ist er. Da oben ist er. Was machst du nicht? Warum läuft aber Alex direkt zu Obelix der Traitor ist? Ich frage sie die. Der Obelix ist auch Traitor oder? Also ich glaube Obelix Sergen und Alex sind Traitor. Der Obelix. Nein. Die wird eh in die Traitor. Die wird eh in die Traitor. Weißt du die? Da kann man schon von ausgehen. Die sind Küber Pfeile. Was? Oh warte wo? Ja die willst du haben. Ich wusste es. Ich bin kein Traitor. Du schießt mit einem Pfeil nach vorne. Wahrscheinlich hast du aber keine Pfeile. Ja hier. Also keine Traitor-Pfeile meine ich. Hä? Hat jemand auch Traitor-Pfeile die er ihm geben kann? Schade. Man. Chris wollen wir das in einem. Wir sind hier gerade in den Wilden Westen. Du meinst du? Ja. Okay warte ich geh ans Ende der Straße. Ja warte wir genug um die Mitte gehen. Also doch. Dann müssen wir halt so ne richtig coole Musik anspielen. Warte. Erstmal Rücken an Rücken und dann müssen wir weglaufen. Ihr müsst an die Seite gehen. Okay. Warte warte. Was? Alles gut. Alles gut. Jetzt weglaufen und dann wenn Volmer jetzt sagt drehen wir uns um und schießen. mit dem Pfeil okay? Okay. Aber nur laufen nicht sprint. Nur normal. Ja nur laufen. Nur Sneak. Genau. Sneak sogar? Okay. Okay go. Jetzt? Nein ich hab einen Brücken bekommen. Ich spiel dann 5. Ich bin fast tot. Alex ist weiter. Nein. Was? 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 Wie? Wie es einfach genau die Leute sind wie ich gecallt habe. Ich hab dir geglaubt ey. Ich hab dir geglaubt. Nur Chris glaubt mir. Weißt du. Ich schreie ganz laut Alex. Und Alex sagt. Schüssi. Und alle glauben es. Anstatt einfach mal schnell zu überprüfen. Ne das hatte ich nur vergessen. Super Detective. Ich wusste es eigentlich. Ich glaub ich hab's vergessen. Der Sheriff in der Stadt ist nicht der hellste. Sorry. Nur weil ich schwarze Haare im Game hab. Ich mag Space seine Haare. Guck. Er mag die. Vollmer mag die auch. Was? 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 WTF? Ich hab bald zugehört. Alles gut nix. Vollmer mag deine anderen Haare. Ähm. Ne die ähm. Die ähm. Die ähm. Die ähm. Am Kinn. Hä? Hast du schon mal mein Bart gesehen? Ich also. Du bist wahrscheinlich ein Gesicht wie ein Babypapo. Ja. Mit Pickeln. Ich hab den größten Bart. Den längsten Bart. Den meisten Bart. Nein ich bin Trader. Den höchsten Bart. Den höchsten? Ahhhh. Mein Bart hat zwei Meter hoch. Mein Bart hat zwei Meter hoch. Mein Bart hat Untermeter. Mein Gott ich hab Meisenspät. Hallo cool. Hallo Alex. Ich trau dir nicht mehr. Ja. Nee geh weg. Ich trau dir nicht mehr. Hä? Wenn ich sterbe dann ist es Space. Wenn ich sterbe dann ist es. Aua. Wenn ich sterbe ist es Alex. Er schlägt mich. Er schlägt mich. Er schlägt mich. Er schlägt mich. Ich glaube auch Space ist es. Space ist wieder noch. Ich töte dich schon mal. Was? Oh mein Gott. Ich bekomme echt richtig Schatz. Alles Alex. Du bist auch gegen den Kacklisch gelaufen. Ne das war Fake geworden. Pssst. Leute da unten ist was runter? Ja hier ist eine Mine. Nein. Geil. Also Mine. Ist das denn Mine klappt? Oh Obelix. Okay. Okay. Hilf mir. Ich. Ich. Nein. Hä? Oh Gott. Verox 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 Verox. Nein. Wann nochmal. Jetzt heute passen wir auf mich auf noch. Ja. Ich pass auf dich auf. Alter am Arsch. Ich pass auf dich auf. Ey. Blöde Fafdreter. Boah. Alter. Das war zu gut. Hey Leute. Wollt ihr was wissen? Die Fafdreter. Echt? Wie kommt das nur? Ich hab keine Ahnung. Ich war auch mit Twitter. Jetzt könnt ihr mir nie wieder vertrauen. Ey, 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 ey. Ein Vertrauen zu dir ist tief erschüttert. Ich hab immer noch nur eine Hände runter. Ich länge das so zutzt und dann kommt ihr hier und schlickt mich einfach. Das ist unglaublich. Wie den Eindruck? Der Traitor. Äh, Eno. Ich bin nur Detective. Achso, ja genau. Ich hab zwei Eisenschwerter. Ich geb dir ein Holz. Ich bin enttäuscht. Du kannst es mir vorhin geben, wenn du innocent bist. Gebt dir auch. Nein, geben wir Eisenschwerter. Nee, unbedingt. Komm, geh weg. Ich hasse Wolmer zwar. Weil er stinkt wie Kacke. Hey, ich war hier nochmal. Oh, Chris. Alex, Alex. Was denn? Gut steht dir echt gut. Alex. Danke, ich weiß. Dich total farbenblind. Hier, ich geb dir ein Holzschwerter. Ja. Okay. Was ist das? Alex, lass dir noch ne Eisenschwerter über. Ja. Was ist das? Können wir verhandeln? Da kommt der Autoclicker raus. Achso. Nein, gegen was? Ähm, gegen mein Leben. Aber dafür bekommen meine Traitor-Kollegen das Schwerter. Das ist Krasse. Los, Alex, auch gut drauf. Ja, okay, sorry. Ja, Chris ist ein Traitor-Kollege, weil der etwas rot ist. Alex, hau mal nen Freestyle raus. Ja. Bauer. Haha. Jesse, ich muss raus. Wo geht's raus? Ich will sie raus. Du fällst nie. Scheiße. Hallo, Siri ist angegangen. Haha. Siri? Hey Siri. Hey Siri. Hast du gesagt? Siri geht erstmal an. Irgendwie geht meine Siri nie bei Siri an. Siri. Sie geht immer nur random irgendwann an. Hure. Hey. Hey, sie ist angegangen. Siri. Hey Siri. Ne, wie heißt das? Hey Siri. Siri. Hi. Hi. Ich bin nie Traitor. Hilfe ich kann. Wo geht's raus? Ich glaube, Space versucht mich abzuschießen. Nein. Wollen wir den Screen machen? Nein. Hi. Hi. Ich hab dich getroffen. Ich hab dich gerade weggeschlagen, damit du weniger Schaden bekommst. Okay, danke. Du hast mich geschlagen. Ist trotzdem so schlimm. Ich will. Da haben wir alle. Hallo. Warum ist hier ein Zombie drin, Alex? Alex, warum hast du Leorax getötet? Ich hab Leorax nicht getötet. Stimmt, wir sind noch zu siebend. Alex, Alex. Ich hab Leorax nicht getötet. Hä? Ich hab Leorax nicht getötet. Alex ist wirklich. Alex ist wirklich. Was? Tötet die. Tötet die. Okay, hab ich's. Okay, aber stopp, stopp. Jessie. Jessie tutet einfach weiter. Jessie ist. Wir haben diese verräterische Lache. Hey, ich bin hier weiter schon wieder. Geh aus dem Weg. Wir kämpfen hier gerade. Hey, sorry. Bin schon weg. Hab Jessie nochmal getötet? Oh mein Gott. Jessie kauft sich irgendwas im Trader Shop? Dumm. Ich bin einfach nur fürs Gang, Mann. Weil ich da immer hingeblieben bin. Hey. Oh. Wer ist noch, Chris? Ich weiß es nicht. Oh doch. Obelix ist auch noch. Ja, Obelix. Die sind beide. Alex, Obelix und Jessie sind gewesen. Nein. Nein, wie war es? Ich hab mich verkauft in diesem Scheitschub. Mein jetzt bin ich hier Radar. Was soll ich denn mit, Mann? Was kann ich damit? Puh. Radar. Ich hab sowas versucht. So ein Haufen machen. Zeit machen. Ja. Ja. Giggi. Mann. Alex, ich mach keinen Screen mehr mit mir. Jetzt war ich schon zweimal Traitor. Alter, du warst schon zweimal Traitor? Ja. Juhu. Oh, ich hab's nur. Ja. Juhu. Warum schwitze ich denn so? Na, nun weil ich zu heiß bin. Ah, nein. Nein. Oh. Geh mir mein neues Schwert. Du warst zu. Du warst zu. Oh, Space, du. Oh Gott. Oh mein Gott, hier ist eine Leiche. Hallo? Jesse ist, Jesse ist. Jetzt ist im Kopf gefallen. Wer ist Detective? Da oben Space ist. Ah, okay. Ich glaube, Jesse ist. Scheiße. Warte, hier ist die Creeper. Nee, ich kriege auch eine Creeper. Okay, Alex, ich wollte nur ein paar weitere Szenen haben. Ich glaube, du kannst es nicht sein. Ich weiß, ich könnte Traitor-Creeper töten. Äh, ja. Ne. Oder? Doch. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Doch, können sie. Okay. Gut. Hallo. Ich bin dein... Ich bin dein... Wo immer. Wo immer. Ich bin dein bestes Volk und die ganzen Welt. Ja, gleich hast du wieder ein Schwertesbecken. Ich bin... Oh mein Gott. Oh! Ja! Ah nein! Hä? Ich bin kein... Hä? Ich bin abgeschossen, dann töten sie ihn nochmal da oben und lass... Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Ich tu dir doch. Geh nicht, komm nicht. Du bist tot. Ich hasse euch, ihr seid alle. Ich bin kein Traitor. Dann geh weg von mir. Aber ich bin doch grün. Ich bin mal auf. Ich bin doch grün gesungen. Ich weiß es nicht, ob Alex ist. Ah. Ich vertraue dir einfach nicht. Geh weg. Weg. Oh mein Gott. Ja, er war Traitor. Was? Einen Schuss. Er war Traitor. Ja. Kein Schaden bekommen. Aber vielleicht bin ich auch Traitor. Vielleicht... Ja, schließ ihn einfach mal oben ab, bitte. Ne, dann... Oh. Aua, ich sterb gleich. Oh Gott, Chris, mach was. Oh, ich hab mal einen Herz. Oh! Was? Ach nein. War sein Schuss. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Warte, wie ist der Pfeil an mir ab? Okay, der nicht. Das war nicht gut. Ja, egal. Hör doch auf! Das ist nicht nett. Oh, oh. Wie viele Creeperfälle hast du? Drei. Was? Wo kämmt er? Hey! Das war nicht so. Ich komm da gleich hoch geflogen. Mach mal. Komm, du hast die Items, ja? Nicht ich. Was für Items? Ich hab gar nichts. Ich hab nicht mehr Punkte. Oh. Das war nicht so gut. Halt! Stopp! Ja, okay. Ja. Nein. Oh mein Gott. Ach, komm schon. Base, du hättest das auf alle auch ganz einfach machen können. Du hättest einfach so dieses TP-Dings holen können. Hättest du raus springen können. Das kenn ich nicht. Ich hab das noch nie benutzt. Das immer. Das töd ich manchmal meine Traitor-Kollegen. Außer sie. Oh, ich hasse sie. Ich sehe, das ist das quieren garanti. Das wetter bleibt ja nicht zurück. Ich kann garanti. Das Baby. Das ist das Alphab sinceا 20. Das alles fertig ein bisschen